Wo geht's denn hier hinten lang? Dann kommen wir hier wieder nach Ebene 4. Wobei, wir sind ja in Ebene 4. Hier kommt man raus. Was ist das hier? Ui, ein Shop. Ich bin in diesem Lager für Waffen und Rüstungen zuständig. Ich kaufe und verkaufe sie. Ich weiß nicht, das können wir verkaufen. Ich hebe das Ding hier noch auf. Das können wir nämlich noch gebrauchen. Oh, der würde uns doch den scheiß Dolch abnehmen. Danke. Noch eine Waffe. Obfurt dann nicht mit. Oh, der hat auch gute Waffen. Eine Keule. Schaden 9. Keule eines Schmiedes. Schaden 9. Noch mal momentan mit unserer Waffe. Wo ist denn unsere Waffe? Ach, geh hinten irgendwo. 4. Dann können wir die verkaufen. Nimm mal die Keule, würde ich sagen. Oh. Hier. So. Oh. So. Können wir den benutzen? Das. Das. Was? Auf einmal steht da Stärke 14 benötigt. Toll. Das hat uns natürlich jetzt wieder sehr viel Geld gekostet. Dieses Umkauferei. Für den brauchen wir auch Stärke 14. Wir brauchen wir denn dafür stärker 8. Können wir benutzen? Würden nur aussehen wie... Ja. Keine Ahnung. Wie einer von denen. Was haben wir hier? Rüstung 6. Wir haben momentan Rüstung 5. Also es wäre... Achso. Hier. Rüstung 5. Man gibt sich nicht viel. Es ist nur ein anderes Design. Also ich könnte mir auch das Design von denen holen. Hm. Ich kann hier leider nicht alles verscherbeln. Hier können wir uns essen, kaufen und verkaufen. Gucken wir mal. Ein Apfel kann ruhig verkaufen. Okay, Apfel nimmt er nicht. Was haben wir noch? Ah, neuer Beutel. Den nehmen wir natürlich. Jetzt haben wir noch einen Inventarplatz frei. Schön. Auch Tränke und Schriftrollen. Blitzzauber verkaufen wir mal. Auren zaubern. Untote vertreiben haben wir jetzt auch. Brauchen wir jetzt nicht. Feuerball ist auch schwarzsinnig. Feuerball. Schweben brauchen wir auch nicht. Können wir selbst zaubern. So, den verkaufen wir natürlich nicht. Oh, vor allem es gibt eine Möglichkeit, den zu verkaufen in Graus. Und das ist ja nichts. Was steht denn nochmal in dem Buch? Niemand im König weiß von meiner Mission. Achso, das war von dem... Den komischen... Ähm... Grundtotenjäger. Hier haben wir noch ein paar Hebel. Sollten wir auf jeden Fall mal mitnehmen. So ein Stück Holz. Trank der Unsichtbarkeit nehmen wir. Heben wir auf. Fluch können wir verkaufen. Die behalten wir. Die Opfer ist Opferinstrument. Falls wir Blut brauchen... Moment, wir können das... Könnt das ja hier verkaufen. Und das kann man verkaufen. Unser Geld, wenn wir nicht los hier. Falle finden. Hat ja wunderbar geklappt. Falle finden. Die können wir... Könnten wir auch verkaufen. Die Meteoriten von Akbar. Aber hier hebst du lieber mal auf. Ich sage schon wieder 6.000 zusammen. Ich hole mir noch mal einen Heiltrank. Jo. Obwohl wir uns ja zaubern können. Versparen. Dann müssen wir nur noch einmal... In die Stadt zum Juwelier... Um unser Schmuck zu verkaufen. Und dann hätten wir auch alles soweit. So. Vicky. Hm. Ist das jetzt Ebene 4 oder 5? So. Und das nächste Haltepunkt wäre ja... Bei den Schlanken von Edoneum. Krypta lasse ich dann erst mal aus. Ich glaube, wenn wir stärker sind... Machen wir die Krypta. Wir brauchen ja beide Ringe, um... Ich höre hier eine Spinne. Wir brauchen ja beide Ringe, um den Meteoriten zerstören zu können. Ich glaube, damit endet ja auch schon langsam das Spiel dann. Jetzt müssen wir das vorher... Auf jeden Fall vorher noch schon mal gemacht haben. Der Teleporter war da oben. Wie kommt man da hoch? Ach, hier sind wir. Verschlossen. Ach, das Rätsel haben wir immer noch nicht gelöst. Oder hatten wir den Schlüssel gefunden? Ja. So. So, ein bisschen hell die Macht hier. So. Verschlossen. Ne, da kommen wir nicht ran. Schade. Moment. Verschlossen. Ich glaube, den konnte man mit Geld öffnen, oder? Nein. Ich hatte mal irgendwo gelesen, dass man die eine Truhe mit Geld öffnen kann. Mist. Okay, dann müssen wir immer noch mal für den Hinweisen suchen. Das sieht auch wieder aus wie ein Gang, aber hier ist nichts. So. Jetzt laufen wir mal viel zu ruhig, muss ich sagen. Viel zu ruhig. Und hier ist der Teleporter von der Ebene. Dann aktivieren wir ihn mal. So. Jetzt haben wir Ebene 5, 2, 1, 3 fehlt noch. Wo war denn eben 3? Das war doch beim Außenposten, oder? Ja. Der war kaputt. Also fehlt uns jetzt noch 6, 7 und 8. So, dann gehen wir erstmal in die Stadt. Ich glaube, wir gehen erstmal zum König. Und sagen Bescheid, dass wir schon mal den Graus haben. Hier kriegen wir dann noch ein bisschen Erfahrungspunkte. Bevor wir wirklich zu den Schlangen gehen. Die sollen sich ja auch irgendwie tiefer befinden. In den Ebenen. Und wir haben den Schlüssel von Farland-Orbi-Planax gefunden, ne? Aber der hat ja uns ja auch nicht weitergeholfen. Wir hätten einige Schlüssel gefunden. Vielleicht mal alles ausprobieren. Auch nicht. Bei Farland kam er ja auch rein. Ja, hier ist Farland-Orbi-Planax. Ach, vielleicht für seine Truhe. Yes. Volgora. Was ist denn das? Dein Ring der Unsichtbarkeit. Opsi, falscher Knopf. Äh, mitnehmen, 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 mitnehmen. Volgora haben wir bekommen. Keine Ahnung, was das ist. Oder Volgora. Wird das, glaube ich, genannt. Volgora. So, mal gucken, was wir dazubekommen haben. Schweben, ist klar. Wir haben echt schon viele Zauber zusammen. Blitzzauber haben wir gelernt. Blitzzauber. Und Blitzgewitter. Der ist wahrscheinlich so mächtig, dass ich ihn wieder nicht benutzen kann. Nervt mich ein bisschen, dass ich so inzwischen Ding bin. Dass ich nicht stark genug bin für die mächtigsten Magiezauber. Und auch nicht stark genug bin für die besten Ausrüstungssachen, um Krieger zu sein. Ich bin irgendwas dazwischen. Blitzzauber werden wir auf jeden Fall mal verhindern. Hier, ich speichere ihn mir mal. Oh ja, ich kann ihn nicht speichern. Dann muss ich ihn mal einsetzen, wenn es Zeit ist. Wenn mal ein Gegner oder sowas ist. Moment, jetzt mal kurz das Quickie. Können wir den eigentlich schon einsetzen? Ich kann diesen Spruch noch nicht wenden. Fellnors? Fellnors ist ja Sui-Boros gewesen, also der Bösewicht. Warum ist das Ding noch zu? Das müsste man eigentlich auch machen können. Na, gehen wir zum König. Sagen Bescheid. Was los ist. Na, Homie, alles gut. Geht nun, Amshagar, und rettet uns vor diesem Dämon. Findet den Krahos und den Sohark und zerstört diesen verfluchten Meteor ein für allemal. Na, hier. Endlich ist der Krahos zu uns zurückgekehrt. Vielen Dank für eure Ehrlichkeit und Treue, Amshagar. Bringt ihn sogleich zu den Schwestern von Edoneum. Sie werden entzückt sein, ihren wertvollen Besitz zurückzuerhalten und mich nicht länger mit ihren Fragen löchern. Das Königreich von Arx wird euren Mut niemals vergessen. Na, ich hätte aber ein bisschen Erfahrungspunkte gerne gehabt. Aber vielleicht hatte ich auch Erfahrungspunkte jetzt gekriegt, wer weiß. Wo sind wir denn mit unserer XP? Für nächste Stufe nur noch 11.160. Ich glaube, wir haben ein bisschen was gekriegt, aber halt nicht genug, um ein Level zu steigen. Tja, was machen wir denn da jetzt am besten? Die sind eigentlich ganz gut ausgerüstet. Stimmt, wir wollen auch das Gold verscherbeln. Ich höre nämlich auch schon eine Wache im Hintergrund zu öffnen, aber in Wirklichkeit ist es die Community, die sie über mich aufregt. So, verkaufen wir noch den an und das ist ganz Gold und dann suchen wir die Schwestern auf. Diesmal wirklich. Das mit den Rebellen haben wir ja geschafft. Jetzt hoffe ich nur, dass der Jubilee auch offen hat. Das Kalu, die alte Ratte. Er hat offen, zum Glück. So, können wir die verkaufen. Den Ring hebe ich auch auf. Man weiß ja nie, wann man mal Unsichtbarkeit benötigt. Gut, das war's auch schon. So, da müssen wir in die tiefste Ebene gehen. Das war Ebene 6. Haben wir noch nicht, also Ebene 5. Von Ebene 5 müssen wir dann noch tiefer gehen. Und ich glaube, ich werde mal, ohne die Community zu hören, einfach mal selbst entscheiden, welchen Clan ich zuerst auslösche. Ich würde sagen, wir löschen erst den Wasserclan aus. Und, ähm, ja, holen wir uns das Geld und danach löschen wir den Erdplan aus. Und dann können wir beide ausrauben. Weil Geld können wir, glaube ich, nicht finden. Aber den magischen Ring können wir beim Wasserclan einfach ausrauben. Das heißt, wir hauen sie mal weg. Kann ich gleich mal meinen neuen Zauber ausprobieren. So, Chaos. So, einer lebte noch da hinten. So. Und wir haben den Wasserclan ausgelöscht. Das hat natürlich super funktioniert. Einen kleinen Schlüssel haben wir gefunden. Oh, ich habe hier noch Kelche, die habe ich vergessen zu verkaufen. So, die Angel können wir mitnehmen. Nehmen wir alles mit. Können wir alles verkaufen. Hey, das ist nur eine Stange. Okay. Können wir eine Angel daraus bauen. Mit der Stange. War die Kiste? Da hinten war die Kiste. Können wir die Kiste mich auch vielleicht blindern? Ach so. Also, der hat einen Ring und eine Halskette. Die war wahrscheinlich einfach nur Müll. Haben sie uns also gelingt, der Wasserclan. Tod für sie. Also ganz gut, dass sie den Tod herbeigerufen habe. Weil das muss ja nicht sein. Dass man uns so verrät. Bin ich schon am überlegen, ob ich die Trolle auch wegknetzle. Ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Aber ich weiß nicht. Bis jetzt haben die uns nie was getan. Die waren ja nicht ganz nett immer. Es gibt keinen Grund, sie umzubringen. Ich glaube, das sollten wir nicht tun. Das ist keine Brudelwahl. Wo war denn jetzt der verdammte Erdklan? Der war doch hier hinten irgendwo. Können wir uns erstmal die Belohnung holen. Und dann bringen wir auch noch den Erdklan um. Können wir den Blitz zauber ausprobieren. Du alles Wasserleute getötet? Sie sind tot. Mausetot. Du sein guter Verbündeter, auch wenn Mensch. Ihr golden Schatz sein für dich. Tschüss. cker. Boah. Weltkirr breakthrough.